Recurved Böden gibt es schon seit Christi Geburt, beziehungsweise schon weit davor. Das Prinzip hat sich einfach durchgesetzt, weil man mit weniger Kraftaufwand mehr Energie umsetzen kann, was einfach auch an der Biegung des Holzes liegt. Der Chase Moon von 4,5, den wir hier haben, ist ein sogenannter Takedown-Bogen, der in drei Teile zerfällt. Er hat noch verschiedene andere Features, wie zum Beispiel auch hier eine kleine Wasserwaage, damit man exakt im Ziel bleibt, verschiedene Fieberoptiken und auch noch sogar eine Beleuchtung, um sein Ziel besser anvisieren zu können. Zu den weiteren Ausstattungsdetails gehört auch dieser aufschraubbare Stabilisator. Und die Pfeilauflage hier mit diesen Bürsten verhindert, dass euch die Pfeile runterfallen. So, eins kann ich auf jeden Fall sagen, es war auch für mich eine Premiere, die aber richtig viel Spaß gemacht hat. Ich hätte wirklich nicht gedacht, dass Bogenschießen so viel Spaß macht. Ich weiß, vielen Profischützen sind wir vielleicht nicht gerecht geworden, aber vielleicht haben die ja noch ein paar Tipps für mich, die sie mir schicken können. Treffer!